Bleib flach und einfach Fuß drüber schwingen, habe ich auch gemacht. Ich schwitze wie die letztes sah. Was mache ich zwischen Frühstück und Essen? Klogang, zieh dann du ja nicht so viel dabei. Der schießt, der mich so herbattelt hat, ist schon länger her. Das war? Das war's. Das war's.